Na, kein Grund jetzt hier zu laggen. So, ich geb' ihm glaub' ich gleich die Ulti. Das ist, ich glaub' gleich ist es soweit. Oder auch nicht. Oder, oder auch nicht. Ich bin gerade selber kurz vorm Verrecken. Ja, genau das meinte ich. Kurz vorm Verrecken. Das war nicht optimal gelaufen. Ich hätte mich zurückziehen sollen und nicht noch versuchen sollen, die fucking Medikit zu kriegen. Ähm. Ja, also ich will jetzt wirklich das tun, was ich machen will. Eigentlich nur Winston die Ulti reinschmeißen und dann ihn machen lassen. Darauf warte ich, weil die Ulti, guck mal, die Ulti hab' ich schon so lange aktiv. Feindliche Töpfel! Ich bin weit. Leistung versterbt. Greif am! So. Von hier aus würde ich ihn jetzt unterstützen mit meinen Scharfschützengewehr. So gut es geht. Jedenfalls. Gut. Da auch noch plus die Ulti. Super. Da hat er, da hat er gut gemacht. Hat er ganz gut gespielt. Hat er ganz gut gespielt. Muss man ihn schon mal lassen. Vor allen Dingen, ich... Und tot. Warte, warte. Ich hab ihn auch gekannt. Ne, ja. Wollte ich grad sagen. Der ist auch mit mir. Also, also Winston hat da gepusht. Das kann man, da kann man nix sagen. Aber da hat der Rest hat gar nichts gemacht. Das ist ja das Erstaunliche dran. Ich kann nicht pushen. Weil ich, wie gesagt, ich muss hinten bleiben und schön mit meinem Snipergewehr da rumheilen. Aber der Rest muss da eigentlich angreifen. Weil ich, ich, ich... Wenn ich sterbe, ist da keine Heilquelle dabei. Und wir haben keinen anderen Heil außer mich. Kurz und, äh, schmerzlos gesagt. Also, eigentlich könnten wir nochmal Winston losschicken. Alles gut eigentlich soweit. Also, ich würd jetzt gerne Winston nochmal damit voll buffen. Na, fuck it, Alter. Da, da ist er mir zuvor gekommen. Da hab ich mich, da hab ich auch, muss ich auch ehrlich sagen, mich nicht gut platziert. Da hätte ich irgendwie mit Deckung irgendwo hingehen sollen. Also, aktuell halten sie den Punkt viel zu gut. Ich muss auch, glaube ich, die gegebenenfalls auch wechseln. Weil das ist, das bringt nichts. Weil, die ist keine gute Heilerin in solchen Fällen. Also, zwei ist die mobil und hat noch den Vorteil, sie macht gut Damage. Aber, das läuft irgendwie nicht. Ich brauche Feilung. Wie machst du das noch? So. Vor allen Dingen muss ich damit meine Olt aufladen, damit ich ihn wieder boosten kann. Heißt also, ich muss... Volle Energie! Du gehst wieder diese. Du, kommst. Ich muss nachladen. Nachladen. Fuck. Oder auch nicht, ich leb noch. Ist schon schwierig, die, die geben uns keine Chance. Ich bin, glaube ich, selber gleich da. Und wenn das so weitergeht, also, es läuft überhaupt nicht geil. Und wir haben nur noch eine Minute. Also, ich muss jetzt, glaube ich, hier mit Winston die Power-Verstärkung machen. Sonst wird das hier nicht mehr viel. So, mehr kann ich da in dem Form nicht mehr machen. Ich muss ihn jetzt mal kurz... Fuck. Ich stecke selber fest hier in der ganzen Kacke. So, geh mal ran in die ganze Geschichte. Ich muss mich heilen, weil sonst... Nein, kann ich mich nicht. Kann mich nicht heilen. So, jetzt kommt's wirklich drauf an. Jetzt, jetzt müssen die Heiler-Künste raus. Gut, ich musste leider selber dafür hergeben, mit einem fucking Schuss, den er mir gegeben hat. Das ist auch ein bisschen krass, dass du schon von einem fucking Schuss getötet wirst. Und ich hatte, glaube ich, 140 oder so. Das war schon nicht wie wenig an Leben. Aber, der Angriff war gar nicht so schlecht. Wir sind da zu zweit auf dem Punkt. Jetzt alleine, jetzt gar nicht. Also, ich muss jetzt mal schnell hin. Und da heilen, so gut es jetzt geht. Also, ich muss... Das Gute ist, ich hab das den Vorteil, ich kann mich von hinten komplett... Na, scheiße. Nee. Das wird nichts. Das war unsere einzigste Möglichkeit zum Angriff. Hätte ich vielleicht meine OIT aufgespart. Ich dachte, ihr wolltet jetzt da offensiv rangehen und da jetzt nicht so eine Kinderkacke machen. Muss man jetzt damit leben. Durchschreitet, wie ihr es. Die Stunde hat... Das war auch nicht schlecht von ihr. Sie hat da schon ziemlich, äh... Von daher... Kann man nichts sagen. Also, wir haben da versucht. Finde ich. Nicht geschafft. Ja. Kommt vor. So wird's gemacht. Aber... Ich find, ich find, das war gar nicht jetzt mal so schlecht. Also, wir hätten, wir hätten da vielleicht mehr leisten können, aber... Naja. Im Endeffekt. Zählt das Versuchen und wir einfach mal schauen, wie wir uns mit, äh... Mit der guten Anna schlagen. Ich würd mal sagen, wir gehen jetzt in die nächste Runde über. Wahrscheinlich auch die letzte Runde. So, die letzte Runde versuchen wir nochmal auf Hanamura, aber diesmal ohne Anna. Ich wollte die jetzt nur einmal spielen, um euch zu zeigen, oder besser gesagt zu gucken, wie ich mich mit der so, äh, schlagen werde. Lief... Ja, wie soll man sagen... Es lief... Es lief semi gut, aber... Ich glaub, es gibt Leute, die haben schlechter gespielt als ich. Um das... Um da versuchen, einigermaßen Gründe hervorzuheben, warum ich... Warum wir nicht gewonnen haben. Ne, aber... Passiert halt nochmal so. So ist das halt. Man muss damit klarkommen. Wir gehen jetzt wieder zurück zu unseren alten Wurzeln. Zu dem, was wir können und was wir nicht können. Und... Anso, ich hoffe... Die Luckshots sind noch auf unserer Seite. Gucken wir mal. Das ist jetzt wirklich die letzte Runde, wie die wir spielen danach. Ist für mich das Projekt Overwatch fürs Erste vorbei. Also irgendwann mal wieder, vielleicht werden wir Overwatch mal aufgreifen, wenn viele Updates geschehen sind. Es sollen ja zig Millionen neue Charaktere kommen, plus neue Maps. Also, sobald da sich viel einigermaßen wieder tut, werden wir da... Werden wir auch da wieder zuschlagen. Aber fürs Erste habe ich mich an Overwatch satt gespielt oder satt aufgenommen. Es gibt nicht mehr wirklich viel. Also, ich könnte jetzt versuchen, das noch auszuquetschen wie so eine Limonade. Und auch so versuchen, alles zu verwerten, was ich da noch kriege. Aber das ist nicht so mein Ding, wenn ich merke, dass sich ein Projekt dem Ende neigt. Sollte man dann wirklich auch schon mal den Stecker ziehen. Aber wie gesagt, das ist nur vielleicht meine Meinung zu dieser Sache. Okay. Okay, 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 Winston kommt. So, ein One-on-One. Ah! Ja, okay, mit Reaper habe ich jetzt nicht gerechnet. Fuck it, Alter. Ich habe Winston gesehen, aber Reaper habe ich da nicht gesehen in meinen kleinen Radius-Dings. Da bummst du ja Scheiße. Ich muss meinen Namen erinnern. Ja, das war vielleicht jetzt nicht die hellste Idee, jetzt schon am Anfang zu sterben und denen da den Vortritt zu überlassen. Vor allen Dingen, jetzt, Hansu, bist du langsam. Ich komme da nicht mehr... Oh mein Gott, die halten... Nein! Ihr könnt doch jetzt nicht den Punkt einfach so schon abgeben. Ihr könnt den Punkt... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nein! Heldet dich zu mir! Okay, er wird sich jetzt hier natürlich... Er wird mich backsteppen wollen. Fuck! Die haben jetzt schon... What the fuck? Geil sieht anders aus. Geil sieht wirklich anders aus. Das war jetzt nicht geil, wo sie uns einfach mal unseren Punkt so... Wo sie jetzt schon auf den zweiten Punkt rumhausen und versuchen, den Punkt einzunehmen. Wow! Alter, Falter, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Acht Minuten... Okay, den Punkt behalten ist nicht... Ist nicht... Ist nicht einfach, aber... Fuck my life, das war zu schnell. Viel zu schnell, viel zu schnell haben wir den Punkt hier abgegeben. Das ist nicht gut. Das wird uns... Das wird auch noch unser... Uns das Spiel kosten, wirklich. Diese... Diese eine... Diese eine Sache wird uns noch den Punkt kosten. Wow! Ich hab ihm einen Headshot gegeben, während er durch mich durchgeflogen ist. Nice! So. Ryo, yo! Ah, fuck! Von hinten gekillt. Ich... Ich hab mich gefragt, wo kam das her? Ich wusste, dass von hinten kam, aber... Naja, wir werden ja... Wir werden jetzt wirklich so ziemlich hart jetzt in den Mangel genommen. Das ist jetzt überhaupt nicht geil, wenn wir jetzt nicht wirklich... Oh mein Gott, das war's. Ihr könnt... Nein! Nein, 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 nein! Hi, Small Bitch. Ja, das war jetzt nicht geil, würde ich mal sagen. Das war die schnellste Runde, die ich jemals gespielt habe. Ah! Ja, dafür, das ist gut. Das ist gut. Wenigstens der Hanzo... Hanzo Nader kriegt seinen letzten Auftritt. Zack! Und dann zack, in den Köpfchen und dann selber gestorben. Also... Wow! Es war jetzt nicht wirklich was Grandioses, ja, aber... Hier... Immerhin kriege ich noch den Spotlight. Aber das war ja wirklich... Das war ja wirklich... Das war ja wirklich armselig. Es war ein... Ich hab mir zwar ein... Jetzt... Wirklich, man stellt sich das hier immer vor, so ein Projekt, wenn das sich zu Ende... Nein, so ein spektakuläres Battle am Ende. So richtig... So richtig mit Spannung und so weiter. Aber ja, in dem Fall war es kurz und schmerzlos. Aber, wie gesagt, das war's jetzt erstmal wirklich von Let's Play Overwatch. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Es war natürlich in sich wirklich nur als Lückenfüller-Konzept gedacht. Sprich, das war nie beabsichtigt, wirklich das so als ganzes Let's Play zu führen. Auch, wenn ich jetzt so viele Parts hochgeladen habe. Wie gesagt, das ist nicht das Ende von Overwatch. Sobald da irgendwie in ein paar Monaten mal ein paar neue Updates kommen mit neuen Helden, neuen Maps oder vielleicht ein paar coolen neuen Modis, die Spaß machen, werden wir uns da natürlich wieder reinbegeben und mal schauen, was sich da so großartig getan hat. Aber fürs Erste bin ich mit Overwatch zufrieden, hab's gespielt, hab alles aufgenommen, was es zum Aufnehmen gibt und würde sagen, das war's mit Let's Play Overwatch. Wir sehen uns dann in meinen anderen Projekten wieder. Unter anderem jetzt, wie gesagt, WoW Legion. Das ist jetzt wirklich das nächste Projekt. In vier Tagen kommt der verfrühte Zugang zu dem Dämonenjäger und das ist da, wo wir jetzt schon ansetzen werden, wo wir das Startgebiet der Dämonenjäger machen. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. See ya, Leute.